Sie haben eine innovative Geschäftsidee, von der Sie sich viel Erfolg versprechen und die Sie nun gerne verwirklichen möchten? Dann können Sie sich mit dem Business Model Canvas einen Überblick über die wichtigsten Schlüsselfaktoren Ihrer Idee verschaffen und prüfen, ob sie unternehmerisch durchdacht ist. Nutzen Sie hierzu einfach ein Flipchart oder nehmen Sie sich ein großes Blatt Papier. Zeichnen Sie nun ein Rechteck mit neun Feldern auf. Diese stehen hierbei für die einzelnen Schlüsselfaktoren. Kunden, die Kundenbeziehungen, Vertriebs- und Kommunikationskanäle, das Nutzenversprechen, Schlüsselaktivitäten, Schlüsselressourcen, Schlüsselpartner, die Kosten und schließlich die Einnahmequellen. In einer Runde mit mehreren Leuten versuchen Sie nun die einzelnen Felder mit Inhalten zu füllen. Nutzen Sie hierfür am besten Haftnotizzettel, denn im Laufe des Prozesses kommt es mit Sicherheit vor, dass Sie Inhalte ändern oder wieder verwerfen. Damit Sie ein besseres Gefühl für die unterschiedlichen Schlüsselfaktoren bekommen und sehen, was sie im Einzelnen bedeuten, stellen wir Ihnen diese nun kurz vor. Wie sieht Ihre Zielgruppe aus? Wer soll Ihr Produkt kaufen oder Ihre Dienstleistung in Anspruch nehmen? Die Definition kann zum Beispiel über das Alter, die Lebenssituation, Bedürfnisse, die finanzielle Situation oder Interessen erfolgen. Die Art der Kundenbeziehung ist ein wichtiger Bestandteil des Geschäftsmodells. Stehen Sie in einem persönlichen Kontakt zu Ihren Kunden oder verläuft die Interaktion über digitale Medien. Wie kann man Kunden gewinnen und mit welchen Serviceleistungen kann man sie anschließend an sich binden? Wichtig ist, dass Kunden Ihr Angebot kennen und möglichst einfach bekommen können. Dafür müssen Sie im Vorfeld wissen, wie Ihr Vertrieb aussieht und wie Sie Ihr Angebot bekannt machen können. Ein Produkt oder eine Dienstleistung sollte für eine erfolgreiche Platzierung am Markt ein Problem lösen oder ein Bedürfnis befriedigen können. Was leistet hierbei Ihr Angebot? Ist es besser, einfacher oder günstiger als vergleichbare Produkte? Was ist am Ende sein Nutzen? Welches sind die wichtigsten Aktivitäten, um Ihre Geschäftsidee zu verwirklichen? Was wird elementar benötigt, um Ihr Produkt herzustellen oder Ihre Dienstleistung anzubieten? Welche Ressourcen sind für die Umsetzung Ihrer Geschäftsidee unverzichtbar? Wird Personal oder eine Räumlichkeit benötigt? Oder wie sieht es mit einem Startkapital aus? Mit welchen strategischen Partnern lässt sich Ihre Idee schlussendlich verwirklichen? Welche verlässlichen Dienstleister oder Lieferanten steigern zum Beispiel Ihre Effektivität? Können Risiken eventuell auf mehrere Schultern verteilt werden? Die Umsetzung eines Geschäftsmodells ist vor allem bei den Ressourcen, den Aktivitäten und den Partnern mit Kosten verbunden. Daher sind im Vorfeld alle fixen und variablen Ausgaben zu definieren, ohne die Ihre Idee nicht verwirklicht werden kann. Um diese Kosten zu decken, ist es wichtig zu wissen, über welche Wege man später mit dem Angebot Geld verdient. Sind Preise fest definiert oder gibt es eine variable Vergütung? Gibt es die Chance, Kunden zum Beispiel über Abo-Lösungen längerfristig zu binden? All diese Schlüsselfaktoren des Business Model Canvas sind am Ende wesentlich für den Erfolg Ihrer Geschäftsidee. Erst das strategische Zusammenspiel jedes einzelnen Bausteins hilft Ihnen bei der weiteren Planung, Durchführung und Finanzierung Ihres Vorhabens. Und das Business Model Canvas eignet sich nicht nur dazu, neue Startup-Ideen zu veranschaulichen. Mit ihm lassen sich auch optimal bestehende Geschäftsmodelle bewerten und weiterentwickeln. Gerne können wir Ihnen hierbei auch mit unserem Know-how beratend zur Seite stehen. Gehen Sie einfach auf unsere Website und kontaktieren Sie uns. Ihre IHK